Wo ist er denn? Ist er vielleicht im Auto? Jetzt ruft er an. Ey, Timo, wo bist du denn? Ist es dein Ernst? Ja, wo bist denn du? Du hast vor drei Tagen dein Auto hier oben zugelassen. Wo? Ne, hab ich hier... Ach, du bist dort hochgelatscht. Ich bin... Ich bin zum TÜV gelatscht. Warum zum TÜV? Ja, warum warst du denn auf mich? Ich komm hoch, mein Gott. Nein, ich dachte, du gehst zum TÜV. Ja, warum zum TÜV? Ja, keine Ahnung. Boah! Ich hab mich verspekuliert, der hätte ich bin viel zu früh raus. Äh, Digga, was machst du denn? Du hast ein Saboteur im Team. Ja. Was macht der denn? Kamen! Aber noch mit in den Tod gegangen. Digga, was ist mit dem einen Gameball los? Er schießt einfach die ganze Zeit Eigentore. Er macht einfach Eigentore. Das ZL muss er mit. Ich kann einfach kaufen. Wir hätten den verborgen. Ich seh nix. Oh, ein Futterkopf. Ich kann damit einkaufen. Digga, das Spiel ist so schmutz. Was? Verrückt. Ja, ist super. Ich will mich noch niemals im WM-Team bauen. So, Pack. Naja, das ist wieder hier. Scheiße, diese Suchfunktion. Oh, jetzt liest du aber langsam. Er ist ja noch drauf, das ist ja. Wahrer. Ich kann ihn nicht kaufen. Kannst du einen anderen kaufen? Das ist ein Zeichen, ne? Ach, ich will doch mehr kaufen. Es langt, das stimmt. Sorry, Air Sports. Entschuldigung zu meinen Coins, Jungs. Witzig. Ich mach Plexi-Videos. Jetzt ist es vorbei, der Stream für heute. Ciao. Macht's gut. Er hatet ihr. Da kommt ne Nerkel wieder durch, ne? Boah, stark, schwacher Fuß. Stabil. Aber... Wenn dein Pele merkt, Kostas als Haaland, dann weißt du, wo die Reise hingeht bei FIFA. Die Ronaldo SPC hat wirklich viel gekostet, Chat. Ich hab'n Diska- Ich hab'n Diska- Ich hab'n Diska- und dann mussten die Leute... Im Radiobilder. Im Radiobilder. Nein, du musstest das online angucken. Du musstest das online angucken.